Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Wild of Tanks In der Folge hier wird es nicht wirklich mehr um ein Bunter gehen, mehr um was ich eigentlich sagen will Denn es kann sein, dass diese Folge die einzigste ist für die Woche Denn ich habe zur Zeit extrem Zeit gemacht Denn jetzt ist Minecraft Legends wieder gestartet und mir zwar keinen interessieren aber mich interessiert es und ich schaue am eigentlichen faszinierten Tag jetzt Livestream von meinen Lieblingsstreamern Und ich würde auch gerne weiter am liebsten jeden Tag eine Folge Wild of Tanks bringen Und ich würde auch gerne meine Dings streamen, äh Blockburn weiter streamen Nur zu wenig Zeit Irgendwie hat sich ja auch was verändert irgendwie bei dem Spiel, keine Ahnung Bei zum Beispiel bei Bloodborne Livestream, wenn ich Livestream habe, hat zwar nie einer zugeguckt glaube ich, keine Ahnung Aber mir macht halt das Spiel Spaß und... Und so würde ich es halt privat spielen, keine Ahnung Und keine Ahnung, dann will ich ja noch mit Freunden privat spielen, keine Ahnung Ich will aber mal gucken wie ich das Zeit dafür alles finden soll Ja jetzt blockt er mich Der ging voll durch ihre Panzerung Deswegen kann es sein, dass es jetzt weniger Folgen kommen, halt nicht jeden Tag Weiß nicht, wie ich das hinmach am besten Wird schon gerne am jemsten jeden Tag irgendwo übergehen Aber mir fehlt irgendwie die Zeit, keine Ahnung Ich weiß nicht, wie es die anderen YouTuber alle schaffen Wirkungstreffer Wirkungstreffer Ups, daneben Wirkungstreffer 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 Abbraller Der ging voll durch ihre Panzerung Das Feuer ist aus Der ging nicht durch Ah, gebrüllt Wirkungstreffer Aus So, So, wo war ich, ähm... Naja... Was ich alles machen würde gerne, weil einfach die Zeit fehlt. Äh? Ups, übersehen. Naja... Ähm... Okay. 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 So, 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 ну, so, so, Der ging nicht durch. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wirkungslöscher. Endlich. Lass mal die Häuser da wegschießen. Und ja. Deckung mal hat. Der ging voll durch ihre Panzerung. Hä? Warum kann der auf mir schießen, aber ich nicht auf ihn? Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Sie haben uns. Raus. Ich würde zum Beispiel auch mal ein bisschen besser werden können. Mit irgendeinem Panzer. Keine Ahnung. Aber ich finde halt die Zeit nicht. Mich zum Beispiel auf, keine Ahnung, mittlerer Panzer oder so zu spezialisieren. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Oder ein. Besonders gut zu können. Zumindest besser als die anderen. Guck mal. Bis zu wenigem. Keine Ahnung. Bin ich. Bis zu wenigem kann ich sie fahren. Gut fahren. Keine Ahnung. Weiß nicht, wie ich sie auch so an. So Stufe 5 bis 7. Keine Ahnung. Idee. Bin ich irgendwie besser? Wie dann aufhört, wäre ich irgendwie schlechter in dem Panzer. Weil ich die Ahnung hier seltener spiele. Zum Beispiel jetzt den, den, aber wie heißt er denn jetzt? Den T28 Pro, ja Prototyp. Oder? Ja. So weiß. Seit ich den erforscht habe und gekauft habe, habe ich den kaum gespielt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Gut. Das war die Kette. Ist das denn ich jetzt getroffen? Die Artillerie? Na, die kann ja überüberkommen. Da können wir fast keinen mehr erreichen. Kette repariert. Weiter geht's. Wir sind bewegungsfähig. Wir sind bewegungsfähig. Und die Batschwelle. Ach. Ja da, die 8.90 Prototypen habe ich gerade mal glaube ich den Motor erforscht Was ich mir auch irgendwie ärgere. Hätte warten sollen und vielleicht hätte S.C.R.I.D. zuerst erforschen sollen Aber ich bin ehrlich, mir fehlt nicht die Zeit. Keine Ahnung Gute Gute Ok, fahren alle dort lang, na super. Versuche mich da zu helfen. Und zwar keine Hilfe. Genau, und die hier B würde ich ja gerne nirgendwo, wie heißt denn der VK, irgendwas erforschen. Mal ausprobieren. Mal ausprobieren. Wie viele andere. Mal ausprobieren. Mal ausprobieren. Das ist auch noch KV-2. Mal ausprobieren. Der ging voll durch Ihre Panzerung. Der ging voll durch Ihre Panzerung. Nicht stehen bleiben. Nicht gut. Oh, schnell. Ich bin in den Felsen. Upsi. Wirkungsstreffer. Sie haben uns. Raus. Boah, schon wieder die Artillerie. Ich hab's gerade irgendwie mit der Artillerie. Die Folge wird auch mal ein bisschen kürzer. Ähm. Äh, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und, boah. Keine Ahnung. Wann die nächste Folge kommt. Also, ähm. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.